Top 20 YouTube Video Ideen, um im Jahr 2018 Geld zu verdienen YouTube Videos zu erstellen ist eine der besten Möglichkeiten, um Geld online zu machen, während du Sachen machst, die du am meisten liebst. Um mit YouTube ein angemessenes Einkommen zu erzielen, müssen sie viele Abonnenten und Zuschauer auf ihren YouTube Kanal zugreifen können. Die meisten Menschen können jedoch nicht an gute Ideen für YouTube Videos denken, die die Aufmerksamkeit der Leute erregen könnten. Mit zunehmendem Wettbewerb ist es sehr schwierig, Zuschauer zu deinem YouTube Video zu bringen. Die Frage ist also, welche Art von Videos man machen sollte, um eine ordentliche Anzahl von Ansichten zu erhalten? Das werden wir auch in diesem Artikel herausfinden. Dieser Artikel ist auch nützlich für diejenigen, die nach ersten Ideen für ein YouTube Video suchen. Für diejenigen, die nicht wissen, wie man mit YouTube Geld verdient, habe ich bereits einen Artikel zum Thema, wie man mit YouTube Videos Geld verdient, geschrieben. Vergessen Sie nicht, es zu überprüfen. Top YouTube Video Ideen Im Folgenden finden Sie die besten YouTube Video Ideen, mit denen Sie Ihr erstes YouTube Video erstellen oder neue Videos zu Ihrem Kanal hinzufügen können. Erste Kochen YouTube Video Ein Weg zum Herzen eines Mannes ist durch seinen Magen. Wenn man dem obigen Sprichwort Glauben schenken kann, werden Kochvideos immer gefragt sein. Da immer mehr Menschen Zugang zum Internet haben, möchte niemand warten, bis Sie ein Rezept für Ihr Lieblingsgericht im Fernsehen sehen. Mit YouTube haben die Benutzer die Möglichkeit, einige Rezepte zu überprüfen, bevor Sie selbst ausprobieren. Wenn Sie also gutes Essen kochen können und gute Präsentationsfähigkeiten haben, können Sie mit Kochvideos sicher gutes Geld verdienen. Zweiter machen Sie YouTube Video für Feinschmecker. Da ich selbst ein großer Feinschmecker bin, schaue ich gerne Bewertungen des Lieblingsrestaurants in meiner Stadt und auch über Nahrungsmittel, die Menschen auf der ganzen Welt essen. Und ich bin sicher, es gibt viel mehr Leute wie mich. Dies ist der Grund dafür, dass YouTube Videos, die sich mit dem Thema Essen beschäftigen, viele Ansichten erhalten. Wenn das Video von Indischem Street Food handelt, erhältst du möglicherweise mehr Aufrufe, als du dir vorstellen kannst. Draht erstellen Sie Gadget Review Videos. Sind Sie eine technisch versierte Person, die regelmäßig neue Handys und Gadgets kauft? Beginnen Sie mit der Überprüfung der Gadgets, die Sie kaufen. Sie könnten wahrscheinlich genug verdienen, um Ihre Anschaffungskosten zu decken. Wenn Sie die neu gestarteten Gadgets überprüfen, können Sie eine erhebliche Anzahl von Ansichten erstellen. Und wenn es Ihnen gelingt, regelmäßig eine Menge Ansichten zu Ihren Videos zu erhalten, können Sie sogar von Unternehmen dafür bezahlt werden, Ihre Produkte zu überprüfen. Vierte überprüfen Sie beliebte Bücher. Keine technisch versierte Person, aber ein begeisterter Leser? Machen Sie ein Video, in dem Sie Ihre Meinung zum neuesten Buch, das Sie gelesen haben, teilen. Stellen Sie sicher, dass das Buch, das Sie lesen, neu und beliebt ist. Es ist vielleicht nicht ganz einfach, ein Video zu machen, ohne zu viel von der Geschichte zu verraten, aber wenn du es gewohnt bist, viele Buchrezensierenden zu lesen, dann weißt du genau, worüber du reden sollst und was nicht. Fünfte machen Sie Videos von Ihnen und Boxing-Produkte, die Sie online gekauft haben. Kleidung oder Accessoires oder Spielzeug gekauft? Machen Sie ein Video von sich, in dem Sie es auspacken und dann Ihre ehrlichen Ansichten über das Produkt teilen. Wenn das Produkt gut ist und Sie es online gekauft haben, können Sie Ihren Amazon Flipkart-Snap der Allpartner-Link zu diesem Produkt hinzufügen. Jetzt, wenn jemand es über Ihren Link kauft, verdienen Sie eine Provision. Sechste erstellen Sie Auto-Videos. Wie der Name schon andeutet, können Sie Videos dazu bringen, Leuten beizubringen, wie man bestimmte Dinge tut. Dies ist ein sehr umfangreiches Thema. Du kannst absolut alles lehren. Von komplizierten Anleitungen wie der Reparatur eines Computers oder Fahrrads bis hin zu einfachen Dingen wie dem Entfernen von Flecken von Kleidung, können Sie ein Video für praktisch alles erstellen. Siebte erstellen Sie Screencast-Videos. Screencasting ist nichts anderes als die Aufzeichnung Ihres Computerbildschirms. Sie können Lernvideos erstellen, in denen Sie bestimmte Computeranwendungen oder Websites verwenden, indem Sie Ihren Computerbildschirm aufzeichnen und gleichzeitig verwenden. Software wie Photoshop, AutoCAD, etc. kann wirklich schwer zu handhaben sein, auch für diejenigen, die Grundkenntnisse über sie haben. Die meisten Leute suchen nach YouTube-Tutorials für dasselbe, so dass sie einfach viele Ansichten erhalten. Abgesehen von Tutorials können Sie auch Screencast-Videos erstellen, in denen Sie bestimmte Websites oder Softwares überprüfen. Das Beste an Screencast-Videos ist, dass Sie nicht vor der Kamera stehen müssen. Wenn Sie also nicht mit der Kamera vertraut sind, können Sie Screencasting ausprobieren. 8. Erstellen Sie Online-Lernvideos Online-Tutorials erfreuen sich einer großen Beliebtheit, da es Ihnen ermöglicht, Dinge leicht zu lernen, ohne Bücher zu verraten. Ob Sie ein Lehrer mit Wissen über ein bestimmtes Thema oder ein Marketing-Profi, ein Software-Programmierer oder C-Experte sind, können Sie Video-Tutorials von sich selbst erstellen. Menschen lehren, was Sie am besten wissen. Es gibt Millionen von Menschen, die das Internet nach Wissen durchsuchen. Wenn Sie gut genug sind, um Ihr Wissen zu vermitteln, können Sie anderen helfen, zu lernen, während Sie schnell Geld für sich selbst verdienen. 9. Play a Prank-YouTube-Videos Prank-Videos can sometimes go really viral. Make a video of you playing a prank on your friend, colleague, sibling or your better half and record their reactions. You can either take help from someone to record the video or use spy cams, which are available for free-shippered Amazon and Flipkart. And if you have the goods, you may even play pranks with strangers on the road. 10. Create Prank-Fails-Videos If Prank-Videos can get you a load of views, Prank-Fails-Videos can get you even more views as it can turn out to be funnier. However, not every day are Prank-Fails, so creating Prank-Fails-Videos cannot be easy. However, you may enact two fails to look real. 11. Make videos of your traveling experience Do you always have your backspec for traveling? If the answer is yes, you can make videos of your journey and upload it to YouTube. Be it journey by car, by train or on a bike, you could always record your experiences of the journey at regular intervals and create a YouTube video out of it. 12. Share your views on trending topics You can make a video of you, sharing your views on a trending topic, be it about politics, a celebrity, sports or the industry. For the latest news, just search on Google Trends for the most searched topic on the internet and record your views about disarming. Trending topics are more likely to get more views. And if you can make a controversial video about a highly debatable topic, there is every chance that your video may prevail. However, since you will be competing directly with big news channels, you need to have a huge following on social media to whom you can promote the video. 3. Make mimicry videos If you have the talents to mimic celebrities, you may just be famous. Funny mimicry videos are more likely to be shared on WhatsApp, Facebook, and Twitter and can make your video go viral. 4. Ask random people about their life's experiences You don't always have to interview a celebrity. You can interview a person you meet on the train or an elderly person sitting on a park bench alone. Everyone has their own story to tell. And for me it is not just about making money, it's about inspiring others. It's a kind of social service. 5. Ask random questions to people down the street You can also ask random questions to people down the street and make a video of it. In fact, if you are from India, such videos are on trend right now and can get you a huge number of subscribers. Just pick up the most debatable topic and ask people about their views regarding the summer. Of course, this is not something every can do since it needs you to be extremely extrovert, but if you can do it, handle it the right way. Thank you watching in my video. Don't forget to like and share in this video. And one more request please subscribe my channel and more me support please.